ja hallo meine lieben heute gebe ich euch mal einen kleinen zoom test vom iphone 15 pro max und wir fangen an mit dem 0,5 fach der momentan eingestellt ist jetzt gehe ich auf den einfachen zoom das sieht dann so aus von den blaukissen und jetzt mal auf den zweifachen zoom und das sieht so aus ich bewege es ein bisschen und jetzt kommen wir zum fünffachen zoom das sieht dann so aus ja jetzt so mich mal wieder zurück und direkt auf fünf fachen zoom und wieder zurück das war's mit dem zoom beim iphone 15 pro max richtig coole sache macht gut leute bis zum nächsten mal